Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Es gibt viele Fragen zu den Engeln. Wie sehen Engel aus? Welche Funktion haben Engel? Warum gibt es mehrere Engel? Sind die Engel in den Religionen unterschiedlich oder gibt es doch Überschneidungen? Gibt es sie überhaupt? Was tun Engel? Warum greifen sie bei Leid nicht ein? Gibt es Erscheinungen von Engeln und erzähl mir gerne auch davon. Engel bedeutet Boten. Bevor ich zu den Inhalten dieser mehrteiligen Märchenreihe komme, möchte ich in diesem ersten Teil noch Folgendes vermitteln. Bitte respektiere alle Menschen gleich. Respektiere jede Herkunft, jede Religion, jede Sexualorientierung oder die Meinung von Ansichten. Schließ dabei die Rechte aller Lebewesen mit ein. Die Aneignung neuen Wissens geht oft damit einher, sich selbst besser kennenzulernen. Das Aufbrechen alter Strukturen unterliegt einem Prozess, den ich gern begleite. Bitte sei im Austausch respektvoll und höflich. Ansichten, Interpretationen und Erklärungen sind nicht als absolute Wahrheit zu verstehen. Ich persönlich übernehme keinerlei Verhaftung für mögliche Unstimmigkeiten oder Konflikte, die aus den gesagten Geschichten und Märchen entstehen. Ich bin sowieso nur eine Märchentante und bekennende Verschwörungstheoretikerin, die Gedankenknoten im Kopf liebt. In diesem Sinne viel Spaß bei deiner mentalen und körperlichen Entwicklung. Lass mir gerne auch ein Like da. Teilt auch gerne die Videos. Nur so kannst du die Entwicklung für alle am einfachsten unterstützen. Vorab möchte ich noch sagen, dass ich sicher manches Mal Fehler in der Aussprache haben kann. In unterschiedlichen Religionen kann der Tonus anders sein. Aufgrund der Zusammenfassung habe ich mich auch entschlossen, dass ich alle mir bekannten Engel auch bei ihrem Namen nennen werde. So, lasst uns beginnen. So, im Folgenden geht es um bekannte Engel in verschiedenen Religionen, die Existenz des Teufels, der Hölle, der Dämonen und Djinns, Ansichten zur Seele und Reinkarnation und wie sie von vielen Religionen beleuchtet werden. Der Hauch Gottes, Schutzengel in den Religionen, gibt es Engel wirklich? Welche Religion ist die Wahrheit? Die hermetischen Gesetze und das SE. Eine kleine Überraschung, habe ich auch für euch, bevor es zum Abschluss geht. Im Abschluss geht es darum, wie du für dich selbst deinen eigenen Glauben findest. Eine Frage, die mich auch immer wieder beschäftigt, die ich dir mitgeben möchte, ist, warum werden überall weibliche Engel gezeigt und dennoch gibt es in den meisten Religionen nur männliche. Engel in verschiedenen Religionen. Engel sind spirituelle Wesen, die in vielen Religionen vorkommen und als Vermittler zwischen dem Göttlichen und den Menschen dienen und auch so gesehen werden. Engeln wird nachgesagt, dass sie bestimmte Aufgaben erfüllen. Sie dienen als Schutz, geben uns Führung und sind Überbringer göttlicher Botschaften. Religionen wie der Islam, das Christentum und das Judentum haben spezifische Vorstellungen von Engeln. Andere Traditionen wie der Hinduismus und Buddhismus kennen nur ähnliche spirituelle Wesen. Existenz des Teufels, der Hölle, Dämonen und Dschins. Religionen bieten unterschiedliche Konzepte von bösen Wesen. Diese Wesen mit den Namen Teufel, Dämonen oder Dschins werden für verschiedene Versuchungen des Bösen an sich oder das Böse im Universum verantwortlich gemacht. In monotheistischen Religionen wie dem Islam und dem Christentum spielt der Teufel eine zentrale Rolle. Andere Glaubensrichtungen sehen das Böse oft symbolisch oder als Teil des kosmischen Gleichgewichts. Ansichten zur Seele und Reinkarnation. Die Existenz der Seele und ihre Funktion wird in fast allen Religionen behandelt und thematisiert. In monotheistischen Religionen wird die Seele als unsterbliches und göttliches Geschenk betrachtet. Religionen wie der Hinduismus und der Buddhismus haben Reinkarnationsvorstellungen, bei denen die Seele durch mehrere Leben geht. Andere Religionen glauben an eine einmalige Existenz. Der Hauch Gottes Sehr viele Religionen sprechen von einem Hauch Gottes oder einem ähnlichen Konzept, das den Menschen bei der Erschaffung Leben verleiht. Dieser göttliche Hauch symbolisiert oft eine enge Verbindung zwischen Gott und den Menschen, besonders im Islam, Christentum und Judentum. Schutzengel in den Religionen Schutzengel spielen in einigen Religionen wie dem Islam und dem Christentum eine bedeutende Rolle. Sie geben den Menschen Halt, bewahren sie vor Gefahren und geben ihnen spirituelle Führung. Weitere Religionen kennen ähnliche spirituelle Helfer, die jedoch nicht als Engel im wesentlichen Sinne verstanden werden. Die Antwort auf die Frage, ob es Engel wirklich gibt, hängt von der religiösen oder spirituellen Perspektive ab. Aus wissenschaftlicher Sicht gibt es keine Beweise für die Existenz der Engel, während sie in vielen Religionen eine zentrale Rolle spielen. Wo liegt also die Wahrheit? Welche Religion ist die Wahrheit? Auf diese Frage gehen wir am Ende dieser Reihe ein. Diese Einleitung bietet einen großen Überblick über die zentralen Themen der folgenden Worte. Die Ergänzung Zur Ergänzung werden wir auch vor dem Abschluss auf einer der ältesten Lehren die hermetischen Gesetze und das SE eingehen. Zum Abschluss folgt auch eine kleine Überraschung für euch. Es lohnt sich dran zu bleiben, damit du den vollen Inhalt deutlich verstehst und für dich das Maximum mitnehmen kannst. Lass uns die spannende Reise beginnen. Lehn dich zurück und mach es dir bequem. Engel Spielen in vielen religiösen Traditionen Sie gelten als göttliche Boten und Helfer. In verschiedenen Glaubensrichtungen haben Engel unterschiedliche Namen und unterschiedliche Funktionen. Sie verkörpern oft das göttliche Licht und gelten als die Vermittlung zwischen Gott und den Menschen. Man sagt auch, sie können erscheinen und auch in das Leben der Menschen eingreifen. Ist das wirklich so? Wir werden diesen und spannenden weiteren Inhalten hiermit auf den Grund gehen. Zusammenfassend kann man sagen, dass Gabriel und Michael als einer der bekanntesten Engel mit Raphael, dem Engel der Heilung, gelten. Aber kennst du auch den Engel des Todes? Darauf gehen wir im weiteren Verlauf ein. Auch wer der Engel der Weisheit ist. Im Taoismus, im Hinduismus, im Zoroastrismus und Shikismus, Shintoismus, was eine indigene Religion Japans ist, wird es in den unterschiedlichen Ansichten zu Engeln, Göttern oder himmlischen und dämonischen Wesen zu Überraschungen kommen. Unterschätze nie die Religionen, die du nicht kennst, denn sie sind oftmals viel größer und mächtiger, als dir bekannt ist. Eins ist sicher. Engel fungieren in vielen Traditionen als Schutzwesen. Sie werden als Mittler göttlicher Weisheit und Begleiter der Seele auf dem spirituellen Weg gesehen. Im Übrigen ist die geglaubte Optik über Engel sehr vielfältig. Wir beginnen mit den bekannten Weltreligionen. Engel des Islams, Engel aus Sicht der christlich-katholischen Religion, Engel aus Sicht der Juden und Engel aus der Sicht weiterer Religionen. Die Engel des Islams Im Islam werden Engel als erschaffene Wesen Gottes angesehen, die besondere Aufgaben haben. Die wichtigsten Engel des Islams sind Gabriel, Michael, Israfil, Azrael und weitere. Beginnen wir mit Gabriel. Gabriel ist der Vermittler für die Offenbarung Gottes an die Propheten, insbesondere an den Propheten Mohammed. Er ist der Überbringer des Korans. Das ist seine Aufgabe. Michael ist verantwortlich für die Versorgung und Verteilung des Lebensunterhalts. Er lenkt den Regen, das Pflanzenwachstum und die Naturkräfte. Auch wird er Mikail genannt. Gabriel wird übrigens Jibril genannt. Israfil wird am Tag des jüngsten Gerichts die Trompeten blasen, heißt es. Er steht für die Ankündigung des Endes der Welt und der neuen Auferstehung. Asrail gilt im Islam als der Todesengel. Er ist zuständig für das Nehmen der Seele zum Zeitpunkt des Todes. Munkar und Nakir, diese beiden stellen den verstorbenen Seelen im Grab Fragen über ihren Glauben. Harut und Marut sind Engel, die als Prüfung auf die Erde gesandt wurden. Sie sind bekannt für die Lehre von Magie, die als Versuchung dient. Diese zwei Engel schreiben die guten und schlechten Taten der Menschen auf. Einer sitzt auf deiner rechten Schulter und der andere sitzt auf der linken Schulter. Diese beiden Engel sind nur alternative Namen für Kiraman und Katibin, die wir gerade besprochen haben. Sie überwachen zusammen das Verhalten der Menschen. Malik gilt als Wächter der Hölle. Er ist zuständig für die Bestrafung der Verdammten. Ritwan ist der Wächter vom Paradies. Er ist verantwortlich für das Öffnen der Tore des Paradieses für die Gläubigen. Diese Engel spielen zentrale Rollen im Glauben und der Vorstellung von Gottes Plan im Islam. Sie sind keine eigenständigen Wesen im freien Willen, sondern gehorchen strikt Gottes Befehlen. Engel der christlich-katholischen Religion In der katholischen Religion spielen Engel eine bedeutende Rolle als Boten Gottes und gilten als Beschützer der Menschen. Engel gelten aber auch als direkte Abbilder Gottes. Die wichtigsten Engel des katholischen Glaubens sind Erzengel Michael, Erzengel Gabriel, Erzengel Raphael. Am 29. September Am 29. September werden diese Erzengel gefeiert. Dieser Tag wird auch als Michaelis oder Feste Erzengel bezeichnet. Kommen wir nun zum Erzengel Michael, der Seelenführer. Der Name Michael bedeutet, wer ist Gott? Michael ist der Anführer der himmlischen Herrschern. Kämpft gegen das Böse und beschützt die Gläubigen. Er ist Wächter über die Kirche. Er wacht auch über die Seelen der Verstorbenen. Michael besiegt den Teufel und dessen Engel. Michael wird als Beschützer der Kirche und der Gläubigen gesehen. Er ist der Anführer der himmlischen Herrschern und verteidigt die Menschheit gegen das Böse. Er ist vor allem als der Bezwinger des Teufels bekannt. Er ist in der Lage dazu, alle Engel zu mobilisieren und mit aller Kraft gegen Satan und seine Dämonen vorzugehen. In der katholischen Tradition wird Michael auch als Seelenführer beschrieben, der die Seelen der Verstorbenen in den Himmel begleitet. Michael wird häufig mit einem Schwert oder einer Lanze dargestellt. Dies ist ein Zeichen seiner Funktion als Kämpfer. In manchen Abbildungen steht er oft über einem besiegten Drachen oder sogar über Satan selbst. Das symbolisiert seine Rolle als Bezwinger des Teufels. Manchmal hält er auch eine Waage, die die Gerechtigkeit Gottes in den Händen symbolisiert. Diese Waage soll seine Rolle beim Abwägen der Seelen darstellen. Michael gilt als der Schutzpatron der Kirche, aber auch der Soldaten, der Polizei und der Sterbenden. Gläubige bitten ihn in Gebeten um Schutz vor dem Bösen, Führung und Stärke in geistlichen Kämpfen. Seine himmlische Aufgabe ist folgende. Erzengel Michael ist der oberste Befehlshaber der himmlischen Herrschern und der Verteidiger der göttlichen Ordnung. Seine Aufgabe besteht darin, das Böse zu bekämpfen und Gottes Willen durchzusetzen. Kommen wir zum Erzengel Gabriel. Der Name Gabriel bedeutet Gott ist meine Stärke oder Mann Gottes. Gabriel ist der Bote Gottes, der wichtige Nachrichten überbringt. Er verkündete die Geburt Jesu durch Maria. Er erscheint im Alten Testament und im Neuen Testament. Gabriel symbolisiert die Offenbarung und die Kommunikation zwischen Gott und den Menschen. Gabriel ist der Erzengel der Verkündung. Seine wichtigste Rolle ist, göttliche Botschaften zu überbringen. Am bekanntesten ist seine Ankündigung der Geburt Jesu. Gabriel wird oft mit einer Lilie dargestellt. Die Lilie symbolisiert Reinheit. Er wird auch oft mit einer Schriftrolle oder einer Trompete erscheinen, die seine Rolle als Überbringer von göttlichen Botschaften verdeutlicht. Gabriel ist somit der Schutzpatron der Boten, der Kommunikation, der Postbote und derjenige, der die Nachrichten übermittelt. Die Katholiken beten zu Gabriel, um Klarheit und Führung in schwierigen Entscheidungen und bei der Überbringung von wichtigen Botschaften zu erhalten. Seine himmlische Aufgabe ist folgende. Gabriel steht in der Nähe von Gottes Thron und er dient als göttlicher Bote. Seine Aufgabe ist es, bedeutende göttliche Botschaften zu überbringen, insbesondere jene, die mit der Inkarnation Jesu Christi und anderen wichtigen Ereignissen verbunden sind. Kommen wir nun zum Erzengel Raphael. Der Name Raphael bedeutet Gott heilt oder Gott hat geheilt. Raphael ist der Engel der Heilung. Er beschützt Reisende und Kranke. Darüber hinaus steht er aber auch für körperliche und geistige Heilung. Raphael wird häufig mit einem Stab, einem Fisch oder einer Flasche mit heilendem Balsam dargestellt. Der Erzengel Raphael erscheint im Alten Testament. Dort hilft er Tobias, der ein Suchender war, der für seinen Vater ein Heilmittel suchte. Außerdem sagt man, dass Raphael die Braut Sarah von einem bösen Dämon befreit haben soll. Raphael gilt als Schutzpatron der Reisenden, der Kranken, der Ärzte und sogar der Apotheker. Gläubige rufen und bitten ihn in ihren Gebeten um Heilung, Schutz und Begleitung. Seine himmlische Aufgabe ist folgende. Raphael gilt als einer der sieben Erzengel, die in der Nähe von Gottes Thron stehen und seine direkten Befehle ausführen. Die Schutzengel des katholischen Glaubens. Sie sind Engel, die jedem Menschen von Gott zugewiesen werden, begleiten und beschützen die Gläubigen im Alltag. Schutzengel helfen Menschen, sich vor physischen und spirituellen Gefahren zu bewahren. Sie ermutigen die Gläubigen, Gottes Willen zu folgen. Cherubim Cherubim erscheinen als Diener oder Begleiter Gottes. Manchmal werden sie auch nicht unbedingt als Engel bezeichnet. Es sind Engel, die Gottes Herrlichkeit und Gegenwart bewachen. Sie erscheinen aus vielen Zusammensetzungen aus verschiedenen Tieren. Sie stehen für Wissen, Weisheit und Schutz des Heiligen. Sie werden im Alten Testament erwähnt. Dort bewachen sie den Eingang zum Garten Eden. Ihre Hauptaufgabe an sich ist die Anbetung Gottes. Interessant ist allerdings auch, dass zwei Cherubim auf der Bundeslade sein sollen. Cherubim sind äußerst wichtig und werden viel zu wenig thematisiert. Die Bundeslade soll der Schemel Gottes von Gottes Thron sein, der von den zwei Cherubim getragen werden. Somit sind Cherubim zu den Füßen Gottes. Damit erkennt man auch, wie wichtig sie eigentlich sind. Man sollte sie wirklich nicht unterschätzen. Seraphim sind höchste Engel im himmlischen Rang. Sie stehen Gott am Nächsten und preisen seine Heiligkeit. Ihr Name bedeutet die Brennenden, da sie von Gottes Liebe durchstrungen sind. Sie symbolisieren Reinheit und Liebe zu Gott. Thronen Sie repräsentieren Engel, die Gottes Gerechtigkeit und Macht repräsentieren. Sie dienen als Stütze des göttlichen Thrones. Die Thronen dienen als Stütze des göttlichen Throners. Thronen vermitteln die Gnade Gottes und wachen über die Ordnung des Universums. Die Herrschaften Dominions Sie sind Engel, die über die Engels Hierarchie wachen. Dominions sorgen für den göttlichen Plan und die Ausführung des Willen Gottes. Sie kontrollieren die unteren Engelränge und sorgen für Harmonie im Kosmos. Mächte Powers Dies sind Schutzengel der Welt und der Menschheit. Sie kämpfen gegen Dämonen und böse Geister. Powers bewahren das Gleichgewicht zwischen Gut und Böse. Die Fürstentümer Principalities Diese Engel wachen über Nationen und Städte. Sie lenken die Führer und Völker in Übereinstimmung mit dem Willen Gottes. Sie dienen als Schutzengel von Gemeinschaften und größeren Organisationen. In der katholischen Lehre sind Engel sehr reine Geistwesen, die Gott dienen und die Gläubigen auf ihrem Weg unterstützen. Sie übernehmen unterschiedliche Rollen, um die göttliche Ordnung aufrecht zu erhalten, diese zu beschützen und gleichzeitig zu leiten. Und ich bin mir sicher, das war noch lange nicht alles. die Engel aus der Sicht der Juden in der jüdischen Tradition spielen Engel Malachim auch Boten eine sehr wichtige Rolle als Diener Gottes. Sie haben auch hier verschiedene Aufgaben und Funktionen. Wir beginnen mit den wichtigsten Engeln des Judentums und ihren Aufgaben. Der Erzengel Michael, Erzengel Gabriel, Raphael sind auch in dieser Religion präsent. Erzengel schützt Israel und steht für Gerechtigkeit und Barmherzigkeit. Er führt die himmlischen Herrscharen, wird oft als Verteidiger des jüdischen Volkes angesehen und trägt den Titel Prinz des Lichts. Gabriel, also der Erzengel Gabriel, verkündet göttliche Nachrichten und führt Gottes Strafen aus. Er steht für Stärke und göttliches Gleichgewicht. Erscheint im Buch Daniel, wo er Daniel prophetische Visionen erklärt. Somit vermittelt er zwischen Gott und den Menschen. Raphael gilt auch hier als der Engel der Heilung. Der Engel, der schützt der Engel der Reisenden und Kranken. Er wird oft mit medizinischer Heilung und spiritueller Gesundheit in Verbindung gebracht. Wir kommen zum Engel Metatron Metatron ist einer der höchsten Engel im jüdischen Myizismus. Er wird oft als Schreiber Gottes bezeichnet, der die Taten der Menschen aufzeichnet. Manchmal wird er als Erzengel angesehen, der die Welt lenkt. In der Kabbalah als Vermittler zwischen Gott und der Menschheit ist er äußerst wichtig. Sandal von Sandal von der Zwillingsbruder von Metatron laut einigen jüdischen Überlieferungen. Er ist der Engel des Gebets, der die Gebete der Gläubigen zu Gott bringt. Er wird in der jüdischen Mystik als riesiger Engel beschrieben, der die Erde mit dem Himmel verbindet. Keruvim Keruvim, der Engel, die den Thron Gottes bewachen. Hier haben wir dann eine Überschneidung. mit der christlich-katholischen Ansicht. Sie erscheinen auch im Buch Genesis als Wächter des Garten Edens. Sie symbolisieren den göttlichen Schutz und auch das Wissen. Sie werden in der Thora auch als Figuren der Bundeslade beschrieben. Also auch hier finden wir eine Überschneidung. Serafin Engel der Anbetung und Läuterung Sie stehen Gott am Nächsten und Lobpreisen ihn unaufhörlich. Sie werden im Buch Jesaja beschrieben, wo sie um den Thron Gottes fliegen und heilig, heilig, rufen. Sie sind verbunden mit dem Feuer und der Reinigung. Malachim ist eine allgemeine Bezeichnung für Engel und bedeutet Boten. Sie erfüllen verschiedene Aufgaben, um Gottes Willen auszuführen. Sie stehen als Vermittler zwischen Gott und dem Menschen und sind oft unsichtbar. Sie überbringen göttliche Botschaften und erfüllen spezifische göttliche Missionen. Samael ein ambivalenter Engel, der sowohl für göttliches Gericht als auch als Ankläger agiert. Er wird oft mit den Engel des Todes in Verbindung gebracht. Er führt Prüfungen durch, um den Glauben der Menschen zu testen. Er spielt eine Rolle im Gericht Gottes und ist ein Symbol für die Prüfung des Lebens. Im Judentum sind Engel keine unabhängigen Wesen, sondern fungieren immer als Boten und Diener Gottes, die seinen Willen auf der Erde ausführen. Sie können verschiedene Rollen einnehmen wie Schutz, Heilung, Führung oder Gericht. Die Rolle der Engel variiert auch in verschiedenen jüdischen Traditionen und Texten, insbesondere im Bereich der Kabbalah, wo Engel eine größere mystische Bedeutung erhalten. Im nächsten Teil nächste Woche gehen wir auf die Engel aus Sicht der Buddhisten ein, auf die Engel aus Sicht der Hinduisten ein, auf die Engel der Hinsicht der Taoisten ein, die Engel aus der Sicht der Zoroastrismus, und auch des Schikismus. Wir werden sehen, wie weit wir kommen auf dieser spannenden Reise der Engel. Zum heutigen Abschluss nimm diese Informationen als Chance an, dir selbst ein Stück näher zu kommen. In diesem Sinn bis zum zweiten Teil Alles Liebe